Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Monge Island 2 LeChux Revenge und nein, wir müssen hier nicht ertrinken, ich habe kurz geguckt, das war, ist glaube ich in, steht zumindest bei dem entschieden, weil wenn man danach guckt, in LeChux Fortress oder so, keine Ahnung, und da muss ich halt irgendwie in den Säurebaden mich auflösen. Irgendwie in die Richtung, damit er stirbt, also hier hat nichts zu tun, alles klar, wir können also nochmal daumen nehmen, ohne diese Nussstall hier zu beleidigen. Ich muss es theoretisch, selbst wenn ich es verpasse, ist egal, ich muss es ja dann auch nochmal spielen für die unter drei Stunden, das haben wir jetzt ja definitiv nicht geschafft. Ich glaube, wir sind bei etwas über 50% im Moment, 49% waren, sonst wo wir gestartet sind, also letzte Folge, Anfang. Da, 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 da. Ach, ich mag die Musik und eben, habe vergessen, mich auszupielen. Check. Ah! Das sieht doch schon mal besser aus. Oh, Fischi, 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 Fischi. Ein Affenkopp. Mal gucken, wie man da was er redet. Ohne Probleme. ernsthaft jetzt haben wir auch noch einen riesen steinaffen kopf oder holzaffen kopf wird es wahrscheinlich eher sein in der tasche willst du mich verarschen wenn es gedankenstimme wäre ist ja alles gut aber er bewegt dabei den mund die kommen hier irgendwas benutzeranker okay schnell weg hier ein kollege ich habe was für dich willst du es nicht auch kaufen äh kleiner bilderrahmen käseraspe warte mal das will ich mir mal angucken das hier ne kartenstück deswegen haben wir das alles gemacht ok warte mal Geil! Ja! Ciao, ciao! Geil! Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir haben ja noch das Kostümchen. Ich glaube, das wäre jetzt auch so das nächste, würde ich mal sagen. Oh, hauptsache weg von er hier. Geil, das ist nicht leiser! So, lalalalalalalalalala. So, hier sind wir. Und da wollen wir hin. Wollen wir jetzt hier ein großer Baum? Da wollen wir auch noch nicht, ne? Wir können erst mal den großen Baum angucken. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Mal gucken. Einfach mal einen Blick drauf riskieren. Eigentlich möchte ich hier zum Wachhäuschen, damit wir hier reinkommen, ne? Ach doch, hier waren wir schon mal. Ah ja! Das scheint nicht zu funktionieren, würde ich behaupten. Das scheint nicht zu funktionieren. Wir brauchen noch ein paar Planken, würde ich behaupten. Das ist meine Planke. Meins. Ich glaube, mehr können wir hier noch nicht machen. Da brauchen wir erst mal ganz viele Planken für. Also, auf zum Wachhäuschen. Wir haben die Einladung, wir haben das Kostüm. Ähm, ja. Ja. Muss wegmachen, so weiter. Ja. Was weiß ich nicht mehr, woher wir sie haben, aber wir haben sie. Und das Kostümchen haben wir auch. Ja. Better put it on. Well, if you insist. But you'll have to try to restrain the... No, no, not here. Go in the bushes or something. Das ist so schön. Jeez. Oh, das ist nice. Oh, lady Geilblush. Ja, das ist Boots. Boots are a nice touch. Ja, das ist Boots. Boots are made for walking. Hey, ich hab's gesagt, wie lauft. Have fun. Oh mein Gott, was... Sonst, ich seh hier nichts soweit. Hallo, geht er lang? Ah, da... Ja, da hoch, dahin lang. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir... Hä, oh Gott, was ist das denn für ein Weg? Ah. Oh. An die wollten wir das Haus betrachten. Hallo. Was, der Gärtner ist schön. Na gut. Er hat schon komische Genüste. Oh, was ein süßes kleine Ding. Du wärst besser nicht das Hund touchen. Warum denn? Ah, also bei hinten. Müll, tolle... Es ist ein beat-up metal trash can. Hey! Was ist all der Rackert? Don't mess with the Governor's can! Es says, Dear Booty Island Waste Disposal Service, shh, please don't bang garbage cans. Governor sleeping upstairs. Okay, die brauchen also nichts. Riech nach Fisch. Der Fisch ist frisch. La, la, la. Oh, Gott. Hier hinten geht's ja schon mal gut ab, ne? So, where are all the chicks? Nice costume. Nice costume. Yeah, I thought there'd be some here. And again. They seem to be enjoying the party. Ja, das glaube ich auch. Interessante Kostüme. Ein alter Knochen. Party-Gäste. Hier ist gut, was ist los? Ja, hier nach oben. Verdammt. Ich möchte aber gerne nach oben. Äh, warte mal. Ist das, was ich glaube? Nice mask. It looks like part of the map to big whoops. Thanks. More subtle than both. Yeah, now I got two map sections. I guess what I'm going to do 20 thousand, stupid child. Ja, hol mal die Bab. What's the matter, boy? Smell something? Nice doggy. What's the matter, Guybrush? Wuh, 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 Sie hat den Hut nicht ernst auf Guybrush genannt, oder? Ich bin auf der Flucht. Dieser verrückte Kötter will mich aufbrennen. crazy mutt is trying to kill me. I was talking to the dog. Who are you? dog, Guybrush? Yeah, I don't get it either. It's not much of a name if you ask me. It says it's because he's dumb and helpless and he's been in the way. Sure can sniff out the governor's possession. Maybe you should empty your pockets. Try and catch me, old man. Oh, Guybrush. Oh, ernsthaft. Oh, look out for that race. Ähm. Ähm. I caught one of your party guests making off with your grandfathers map. Another would be treasured. Hallo, Schnucki. Mal gucken, ob wir uns da vielleicht mit Scham oder so raus, äh. Guybrush. Guybrush. Three putt. The one and only sugar bear. Of all the parties and all the houses on all the islands of the Caribbean, I had to crash mine. It's destiny, Honeycakes. Don't talk to me. Snugglepuss. Get lost. Punky doodle. I want you. Hooper duper. I should go right to back 40. Ja, für die auch. Together again. Cool. We haven't been like this since, well. Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address. Was that what happened? Gee, I thought. Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. Da ist ein großes Paddel an der Wand. Wir kriegen gleich eine gepaddelt. Äh, hast du vielleicht meinen roten Pullover? Ich kann ihn nirgendwo finden. Wie geht es deiner Schwester, die wirklich gut aussieht? Meine Seele ist krank, Elaine. Und Liebe ist das einzige Heilmittel. Na schön, dann bleib halt so. Im Meer verschwimmen noch viele Fische. Wir versuchen es mal auf die Methode. Mir wird schon schlecht. Und wer ist der Förder? Hast du meine E-Mails alle weitergeleitet? Elaine, rette mich vor diesem Tal der Tränen. Elaine, save me from this Whirlpool of Misery. You're getting warmer. Da draußen ist vielleicht eine Affenhitze. Du hast recht. Ich war ein Klauen und ein Würstchen. Warum gibst du mir nicht einfach die Karte wie ein braves Mädchen? Hm. Ich glaube, das klingt noch am besten. Wenn du mich schon nicht verrückt nimmst, dann töte mich hier und jetzt. Die macht das auch noch. Würde ich vielleicht nicht sagen. Hast du vielleicht meinen roten Pullover? Nee, warum gibst du mir nicht einfach die Karte wie ein braves Mädchen? Oh Gott. Ah, ist das noch zu früh? Ach komm, wir waren so uns. You won't take me back. Just kill me now. Oh, Guybrush. I know I shouldn't have anything to do with you. But there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're gonna let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. If the map's all you care about. You'd better go out and get it. Soll ich jetzt hier apportieren oder wat? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ist sie noch da? Sie ist weg. Okay, was war denn hier schönes? Möntel. Ja, aber, aber, aber. Das muss sein. Ich will nichts brechen. Elaine würde mich töten. Guck die mal selbst im Spiel, das ist eine gute Idee. Ein Paddel! Uh, in Ruhe! Nacki-Junk. Ha, spark so laut wie du willst! Silbert riecht die Back-40. What the... Hey! Dang Wind! Nein, nicht garten. Oh nee. Okay. Wo geht's hin? Da hebt die Karte ab. Und sie landet! Ich hoffe... Ja doch, ich bin auf jeden Fall in einer guten Pose. Ähm... Was soll ich denn da hinkommen? Well, shoot. Ha, 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 ha. So, jetzt betrachten wir uns das Haus nochmal. Nö, okay, können wir nicht machen. Da gehen wir mal zurück auf Icardi und schauen nochmal, ob wir da irgendwie hinkommen. Und das ist dann auch das Ende für die heutige Folge. Die zweite Folge von heute, um genau zu sein. Ich hoffe, so weit ist es, hat euch gefallen. Oh mein Gott, der Humor ist einfach göttlich. La, 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 la. Ich hoffe, wir kommen in die Garte, sondern... Was für ein Weg, den muss man ja aufhören. Ich habe echt gedacht, die Fonie geht es hier irgendwo hoch. Und nicht sowas. Ja, äh, Klippe. Kommen wir denn da hin? So weit sieht es gut aus. Äh. Äh. Ich glaube, wir brauchen ein Seil. Oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, haben wir da schon irgendwas? Ein Strohhalm. Oder den Affen. Den Faden. Dein Kopf, wir haben nichts Passendes. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für's Einschalten zu schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge von Monkey 1 und 2. Ne Chucks Revenge. Ciao. Äh, läuft das. Ja, ich frebu, wir geh mal aus. Danke. led improved. Hallo. Musik. Hallo. Hallo. Hallo.